freunde was geht herzlich willkommen zurück zu einem neuen stadionvlog auf meinem zwei kanal broski ignoriert wie ich rede ich habe so wussten wir morgen strimmen heute schalke gegen stuttgart keine zeit für ein langes intro bin scheiße nervös ich mache mich auf dem weg zum stadion mit meinem vater ich habe gerade noch konferenz geguckt ist bodenlos war wirklich lange nicht mehr so nervös kurzer kontext für euch okay was hier heute phase ist ist jetzt gerade so ungefähr halb fünf ich habe erste halbzeit konferenz geguckt bin jetzt auf dem weg zum stadion alle spielen für schalke das heißt wir sind wieder im rennen das heißt wir haben wieder eine chance wir können aber auch richtig ins loch geschobst werden ich bin echt nervös und genau das ist das problem deshalb darf man sich eigentlich keine hoffnung machen ich bin gerade bei meinem vater angekommen ich fahre zehn minuten zu meinen eltern auf einmal führt härter 2 0 gegen augsburg kurz auf einmal sind wieder ja es sind so viele kommen die ganze zeit diese bundesliga macht mich kaputt die ganze zeit bin ich schon so vorm spiel am rechten event schalke gewinnt gegen stuttgart dann sind drei vier fünf punkte auf platz 14 ich bin nervös bin wirklich echt nervös hallo hallo hola halo 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 ahoa sowas Andy komm her mach mal Sitz Und mach mal etwas Cooles wann Schalke gewinnt Bro, Andy ist ausgebüxt Wir versuchen ihn mit Leberbrust zurückzuholen und das war kein gutes Omen Hätte nichts cool gemacht dass wir gewinnen Was ist denn los? Ja komm, komm her! Ja guck, hör doch nicht! Das ist der Schalke-Sieg! Was sagst du gegen meinen Parfum? Zeig mal deinen Schal erstmal! Guck mal, hier aus den guten Zeiten noch! Matchday Schal von Schalke gegen City! Stark, stark! Auf gehts! Freunde, man merkt übrigens, es wird langsam Frühling. Guck mal, 18.30 Uhr, wir sind eine Stunde vorher da. Es ist noch hell und wie schön in dieser Arena beleuchtet wird. Das ist schon sehr geil. Freunde, wir sind im Stadion und es wird aufgeladen. Das hier, meine Freunde, ist die klassische Rollenverteilung, denn ich bin der Bierdienst. Es wird jetzt hier noch ein gemütliches Bierchen getrunken. Wir sind hier in der Location. In so einer halben Stunde gehts los. Vater schlürft noch mit Currywurst und dann gehen wir gleich rein. Also zugegebenermaßen, ich bin todesnervös. Ich glaube, ich habe es in diesem Vlog schon so zehnmal gesagt. Aber es könnte ein absoluter Vollbruch heute werden. Oder... Naja. Aber ich brauche dich. Nummer eins, die Currywurst auf Schalke von eins bis zehn. Acht. Ja. Und ich brauche dein Ergebnis heute. 2-0. Muss sein. Sehr gut. Also es ist Optimismus in Hause Schildgenberg. Ich bin bei einem 1-0. Ich glaube, bei Kicktap habe ich 1-0 oder sogar 0-0 drin. Ich sage, die Freak reißt nicht. Wieder kein Gegentor. Und vorne hilft der liebe Gott. Boah, wie du spielen. Boah. Wir sind draußen. Alter. Wo hat das Ding bremst? H total zurückgekommen! Das Ding. Der herrscht哪ig! Der herrscht erwart! Und er hat sein helfEE, Peter! Und er hat sein helfEE, der HeldIG gau 5! Na, r Log, auf consegue... Man, auf viel Geld auch gekau origins! Ischa- Welch N deal Let's go! Licht ist an und wir gehen rein. Alter! Alter! Na ja, also man merkt auf jeden Fall, das ist ein wichtiges Ding heute. Vor allem schon jetzt auch. 0-4! 0-4! 0-4! Sechs Minuten, sieben Minuten bis zum Anstoß und das Ding brennt. Blau und weiß, verlass mich nicht. Blau und weiß ist ja der Himmel nur. Schalke! Schalke! Und wir gehen rein! Wir gehen rein! Arma! Scheiße! 0-4! Ich bin so nervös, Stuttgarter sind auch da. Wir gehen rein. Ich bin echt gespannt, bei Schalke fehlen beide Außenverteidiger. Aber es könnte ein Bruch heute werden. Mit der Nummer 1, Ralf! Fehrmann! Fehrmann läuft auf die Kurve zu. Let's go! 4 Spiele zu 0, der Mann. Kaum 8, Junge! Ich kann es nicht mehr anbauen! 5 mal anhören! Ich bin jetzt vor der Mölz, möchte der 5 mal anbauen! Let's go! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Nein! Egal! Ecke! Ach, ey! Der Brett ist so krass! Komm und! Wir gehen rein! Schalke 04! Schalalalala! Schalke 04! Schalalalala! Oh! Oh! Wir gehen rein! Ja! 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 Weißt du, wer es war? Rechtsloch! Ja, ich dachte es noch nie... Ja! Ja! Der Flug ist besiegt, Junge. Jetzt ein Ebenlück! Boah, bricht! Junge! Für den FC Schalke! 0-4! Vorschütze! Vorschütze! Dominik! Drexler! 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 Junge, ist das geil! Ist das geil, Mann! Schalke! Also, Serie 1 ist gebrochen. Wir haben jetzt wieder ein Tor erzielt. Die andere Serie kann gerne halten, okay? Einfach 1-0. Habe ich's getippt. Stuttgart ist gerade im Angriff. Keine Hand, nix. Alles gut, mit so einem Möhl bei diesen Zeisspielen. Ecke Stuttgart. Bonas Sosa war fraglich, ist doch fit geworden. Problem ist, der Bruder kann die halt echt gut machen, ne? Er hat einen guten Linken, der Mann. Boah! 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 Henning! Boah! Alter, Alter! Das hat er echt bodenlos verteidigt. Der hat letztes Mal funktioniert. Kurve, Bier, Tor. Ja? Ja? Boah! Boah! Ömeğin! Ja! Ja! Die da! Ja! Die! Dieaaah! Die parlerige! Ja! Dieah! Ein Leben lang! Ja! Ja! Ey, was passiert hier? Ich glaub das nicht. Es ist so geil, es ist so geil. Der Geron dreht in Nummer 10! Tor für die Nummer 10 Schalke! Vorlage durch unsere Nummer 10 Rodrigo! Salazar! Torschütze mit der Nummer 11 Mario! Bülter! 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 Neuer Spielstand Schalke! 2! Bülter! 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 Ich will nur, dass ihr wisst, dass es mir gerade sehr gut geht. Mir geht super! Haltzeit! Ganz stark! Und der Mann ist seit 400 Minuten zu 0! 400 Minuten! EA Sports! Ich will den Play of the Month sehen, ich sag euch ehrlich. Ich glaube, ich fahr heute nicht mehr. Ich glaube, dass wir meinen Vater übernehmen. Das ist das Lebenselixier hier. Das ist aber wirklich. Und das sind sehr korrekte Zuschauer. Seid ihr zufrieden mit der Spielbesetzung? Sehr geil! Sehr geil! Man merkt schon, meine Stimme ist auf jeden Fall weg langsam. Ich hab von so viel rumgeschriegt. Ich schließe mich an, Bro. Bei mir ist auch kaputt, ey. Wir machen das! Ja, wir machen das auf jeden Fall! So, wir haben auch Ehren Stuttgart-Supporter. Kennt ihr die Teasys? Die Teasys? Ja, ja. Kennt ihr, oder? Scheiße! Ihr seid im Loch, Mann. Aber ich hoffe, die Currywurst schmeckt. Ja, die ist okay. Ist auch egal. Aber ich bin auf jeden Fall besser als das Spiel vom VfB. Dreht ihr das noch? Niemals! Scheiße! Das ist ein Bruch, Bruder. Ihr kennt das, ne? In der Halbzeit. Wichtig und richtig. Jetzt geht's weiter. Boah, stark fair, Mann. Boah, Fuß vor. Richtig. Ja! Ja! Lauf! Boah! Boah! Also muss man wirklich sagen, Stuttgart besser aus der Kabine gekommen. Zehn Minuten gespielt in Halbzeit zwei. Ist nicht so verkehrt. Boah! 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 Nein, hätte mir das einer in der ersten Halbzeit erzählt, aber es ist Stuttgarter Dauerdruck. Es ist Stuttgarter Dauerdruck, die kriegen die Pille nicht raus. Leck mich am Arsch, was ist denn los? Komm, Rodri. Ey! Ja, was ist denn los mit dir, Mann? Und der Linienrichter zeigt's die ganze Zeit, ey. Ist das bodenlos, ey. Okay, come on. Wow! Ich denke, der nimmt gerade Salazar für Latza runter. Was seh ich hier? Was seh ich hier? Was seh ich hier? Ja, Rodri ist komplett abgepackt. Unsere Nummer neun, Simon. Und Moritz Jens ist verletzt. Unsere Defensiv-Erlebensversicherung. Herr Gein. Ey, ich hoffe, dass nichts Schlimmes ist, ne? Aber er kann weiterspielen. Das ist so wichtig, Moritz, jetzt. Oh mein Gott. Ist weg. Ich hab wirklich Angst. Ich hab wirklich Angst. Ei, ei, ei. Ich mach was Verrücktes. Geh, Junge! Ecke! Ecke! Stark! Stark, Henning! Ei, nee! Was? Schieß! Der war abgefälscht. Ja, ja! Richtig! S04! S04! Jetzt! Nein! Fünf Minuten Nachspielzeit! Fünf! S04! Von der Elbe bis zur Isar! Oh immer wieder! S04! Oh immer wieder! Stark! Ja! Hey! Hey! Wichtige Zeit! Drexler! Es wird gemauert! Von der Elbe bis zur Isar! Oh immer wieder! S04! Oh immer wieder! Ah! Henning! Machen die! Hey! Hey, du ***! Hey! Oh Gott! Komm, warte mit vorne! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Zweck! Zweck! Ecke! Bitte nicht! Ja! 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 Stark Junge! Ja! Ja! Ich hätte niemals gedacht, dass er hier nur sch מא�zt wird! Ja! 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 Guck mal, selbst Lothar und die Sky Experten sind am Film, selbst der Lothar ist am Film, selbst der Mann fühlt es, geil Alter. Die Geschichte, die dort begann, der FC Schalke wurde Legende, eine Liebe, die niemals endet. Hey, Mannschaft lässt sich zurechtfeiern, starke Leistung, stark gekämpft, Alter. Und guckt euch das an, deshalb sage ich, soll mich keiner vollhabern mit Bundesliga-Farmers League. Das ganze Stadion ist noch voll, wir sind Platz 18 in der Liga. Scheiß auf die ganzen anderen Ligen, guckt euch das an, Mann. Das ist Fußball, das ganze Stadion ist voll, das ist es, Bruder. Mehr will ich nicht hören. Ich will mir jetzt noch ein Kätzchen, bin fertig, ehrlich. Bruder, was ein Spiel, ich kann es nicht mehr. Die zweite Halbzeit war krass, psychisch. Das hier, das sind die wichtigen Rituale nach dem Spiel. Habe ich nach dem Aufstieg gegen St. Pauli auch gemacht, wird wiederholt. Ist wichtig und richtig. Ich will einmal ganz kurz Grüße aussprechen an die Tisi-Jungs, die auf diesen Vlog reagieren werden. Die machen da so Party, da hinten geht es zur Bahn. Die sind so am Feiern. Haben die sich verdient. So Freunde, ich bin mittlerweile zu Hause. Boah, Schlussfazit. Es war ein wilder Ritt, eine Achterbahn der Gefühle. Ohne Scheiß, war wirklich krass. Hab das ein oder andere Getränk im Stadion verköstigt. Hab jetzt hier gerade noch Rewards aufgenommen. Digga, irgendwie sehen meine Lippen gerade richtig so aus, dass ich... So einen Lippenstift drauf. Chillig, Digga. Nice. Geistkrank. Also jetzt so kurz nach dem Spiel. Fazit. Schalke, erste Halbzeit war nicht sehr extrem stark. Zweite Halbzeit, keine Ahnung. Stuttgart viel besser gewesen. Lief bei Schalke nicht mehr viel. Ich habe mir die letzten 20 Minuten, glaube ich, zehnmal in die Hose geschissen, weil ich dachte, Schalke chockt es noch. Wir haben es geholt. Ich bin heiser. Ich bin nicht nackt über den Arena ringgelaufen, was ich eigentlich gedacht hätte, wenn wir gewinnen. Tisi im Loch. Beste Leben. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Morgen kommt direkt der nächste Stadionvlog. Ich bin mal Marseille gegen PSG. Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr glücklich.